Servus Leute, willkommen zurück zu R.I.Z. Son of Rome. Seit dem Mega-Lag vom letzten Mal habe ich dieses Spiel nicht mehr aufgenommen. Deswegen spiele ich es heute, in der Hoffnung, dass es jetzt klappt. Ich weiß noch in etwa, wo stehen geblieben sind. Wir sind von so einer Falle getötet worden, wenn ich zu spät gesehen habe, welche Farbe es ist. Und ich weiß es immer noch nicht, das ist das Problem. Entweder ist es gelb oder grün. Ich werde einfach mal versuchen, wild auf die Tasten zu hauen, in der Hoffnung, dass das klappt. Ich glaube, ich bin jetzt wieder bei dieser einen Stelle, wo ich die Barbaren austricksen muss. Oder nicht austricksen, wo ich gegen die kämpfen muss. Ja, ich weiß, das Spiel ist sehr schön und die Gegenden und alles sind auf wunderschöne Szene gesetzt. Aber wir wollen Action hier! Und ich hoffe, das Bild verschiebt sich nicht wieder. Das wäre echt lame. Ja, okay, ich muss mal schauen. Bix war angreifen, genau. Das war Abwehren, das war Wegrollen, das war Durchbrechen. So, gedrückt halten, okay. Das war jetzt wegen des Legs. Ja, geil! Super, klasse! Ich habe nämlich nicht gesehen, dass da ein Pfeil vor mir liegt. Ich hasse das, wenn das Legt. Das heißt, immer wenn solche Schädel da sind, das war ja irgendwie klar. Was soll ich machen, wenn das Spiel Legt? Wie soll ich das denn austricksen? Uiuiui, Moment. Ahaha, ich bin klug. Habe ich keinen Speer? Wahrscheinlich nicht. Egal, ich greife einfach voran. Ey, ihr! Zum Angriff! Au! Ja, jetzt verreckt doch! Au! Ah! Schnell weg hier! Du greifst den falschen an, Römer. Es legt ohne Ende. Was ist denn das? Oh! Au! 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 Ich habe keine Ahnung, warum das laggt. Warum hat mein PC auf einmal solche Probleme? Project Zero geht auch nicht voran. Das ist auch der Grund, warum ich Project Zero jetzt nicht aufnehme. Aufnehmen! Äh! Du dummer Barbar! Okay, ich gebe euch den Tod. Wo seid ihr denn da? Jetzt verreckt doch! Aufgeschlitzt! Jetzt sind noch mehr. Wie ging das? So. Bäm! Oh, der ist fast tot, der eine. Nein! Nein! Das war der falsche! Oh, ne! Doppelhinnrichtung! So, war es das? Ja, da hinten kommt noch mehr. Kommt noch her! Du nicht! Ah! Ah! Verdammt! Ich bin zu blöd! Nix da verfehlt! Ah! Fuck! Ich bin zu blöd grad! Falscher Knopf! Weg! Weg! Weg, 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 weg! Wenn es nicht so laggen würde! Wenn ich wüsste, woran das liegen würde! Das Spiel... Ey! Das Spiel ist echt grandios, aber wenn es laggt, das ist es natürlich weniger. Geil! Ich muss zuerst den einen da vernichten. Äh, ich bin so bescheuert. Ich mach dich alle! Jetzt aber. Falscher Knopf. Geil. Na, geht doch. Was das jetzt? Was kann ich noch machen, um den Lack zu verhindern? Ich hab schon die Leistung meines PCs auf Maximum gestellt. Moment. Ich hab Angst vor Fallen. Ich glaub, wenn da ein Weg ist, sollte ich immer auf dem Weg bleiben. Moment, ich dreh mich mal ein bisschen, um den Lack vorzubeugen. Ich kann da echt nichts hin. Ich muss echt da rüber in die Falle. Moment, der hatte den Speer. Das heißt, da war da nicht noch irgendeiner, der einen Speer drin hatte. Ja, genau der da. Der da. Vielleicht kann ich die Falle mit dem Speer auslösen. Das hab ich zwar schon mal versucht, aber... Man muss nicht lang da... Stimmt, von da kam sie ja. Und immer schön... Immer schön auf den Weg achten. Sonst renne ich direkt in so eine Falle rein, wie ein Trottel. Schön langsam. Okay. Da oben ist eine Falle und da ist eine Falle. Beide Fallen kann ich nicht umgehen. Ungefähr da. Ja. Keine Ahnung, wohin du schießt. Ähm... Was soll ich tun? Ich meine, ich könnte mich einmal absichtlich aufspießen lassen, um zu gucken, welche Farbe es ist. Oder ich könnte einfach wild auf die Knöpfe hemmen. Knöpfe, genau. Wild auf die Knöpfe hemmen. Ich glaube, ich würde zweiteres machen. Ja, wild auf die Knöpfe hauen, bringt's. Okay. Dafür wäre der Speer jetzt gut. Verdammt. Ja, bin ich. Wow, habe ich den gerade einen Trick verpasst? Ey. Stirb doch selber. Ich drücke ständig den falschen Knopf. Ihhh, der hat gesessen. Ich muss wieder reinkommen in die Steuerung. Nein. Au. Falscher Knopf. Geil. Boom. Ich kämpfe wie? Wie ein Dieb? Ich kämpfe wie ein Dieb? Hat er das echt gesagt? Da hinten kommen noch zwei. Nee, das ist so einer. Ich hasse dich. Ey, da ist noch ein Dritter. Schnell. Äh. Der da nervt volle Kanne. Ja. 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 Nein. Weil der Typ schützt sich die ganze Zeit. Wieso? Nächster Ram. Geil. Ja. 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 Babys! Deswegen werde ich jetzt einmal dezimieren. So, ganz vergessen hast du ja mehrmals angreift. Das kann ich auch, ne? Habe ich ihn einmal in der Mangel, dann kann er nix mehr. Falscher Knopf, geil. Schon wieder. Da muss man echt fix sein. Aber nicht, dass ich in der Falle reinrenne. Ich glaube, ich muss jetzt immer auf dem Boden achten. Aber die Legs da, die gehen überhaupt nicht. Sorry Leute, falls euch das stört, aber ich krieg die einfach nicht weg. Mich stören sie selbst auch. So, bin ich jetzt richtig? Ich muss auf dem Boden achten. Ich habe keine Lust, in den Fallen zu treten und ich glaube, da vorne ist schon wieder eine. Nein, ist keine. Steinboden, okay. Okay, da muss ich rüber. Wow, der Leg ist abartig. Die Grafik ist trotzdem geil. Verquere den Fluss. Das soll eine sichere Stelle sein? Ich weiß ja nicht. Ich muss nach der Aufnahme mal schauen, ob ich irgendwas ändern kann. Oder kann ich so auch schon was ändern? Moment, ich habe ja einen neuen Rang. Ich habe ja schon niedrig. Was ist das überhaupt? So Leute, da bin ich wieder. Sorry für den erbubten Schnitt, aber als ich Vsync was, glaube ich, aktiviert habe, hat sich das Fenster wieder verschoben. Und da ich nicht möchte, dass man meinen Desktop-Hintergrund sieht, werde ich es rausschneiden. Was ist jetzt aus meiner Maus? So, weg da. Ich werde jetzt mal versuchen, Vsync anzulassen. Vielleicht klappt das dann besser mit den Lags oder Huckel oder was das ist. Und ich habe die Fenstergröße mal minimiert. Vielleicht klappt das auch. Ich habe ja alles auf niedrig gestellt. Also sollte es eigentlich nicht so viel Leistung fressen. Und ich muss mich jetzt ein bisschen umgewöhnen. Denn normalerweise habe ich das Spiel relativ weit oben beim Desktop und Camtasia darunter. Jetzt ist es umgekehrt. Jetzt ist das Spiel unten und Camtasia oben. Deswegen muss ich mich ein bisschen umgewöhnen. Ich habe keine Lust auf das Bewegungsunschärfe. Ich werde jetzt einfach mal alles deaktivieren und so weiter. Temporäre Kantenglättung. Weil ich will, dass das Spiel flüssig läuft. Auch wenn es jetzt vielleicht nicht mehr hundertprozentig schön aussieht, aber besser als Dingens. Ihr wisst Bescheid. Besser als Ruckel und so weiter. Und die Musik ist so... so gut. Ähm, ja. Weiter. Wow, was ist denn jetzt? Jetzt ist das noch schlimmer. Vs fängt wieder aus. Und die beiden Dinger auch. Keine Ahnung, was jetzt los ist. So hat das gespeichert. Das wollte ich gar nicht. Aktiviert. Deaktiviert. Warum wird die ganze Zeit meine Maus angezeigt im Spiel? Warum komme ich nicht mehr zurück? So, bitte lass es jetzt funktionieren. Ja, ich muss auf Fallen achten. Aber ich sollte meinen Soundvisor drehen. Ich habe Angst vor Fallen. Ganz im Ernst. Was ist denn das für ein Baumhaus? Hier lang. Die Religionen nähern sich. Stellt eure Bogenschützen an der Straße auf und schießt auf meinen Befehl. Ja, Herr. Hier muss ein Weg nach oben sein. Erreicherte Bogenschützenstellung. Was ist denn das da? Lauter Leichen? Oh Gott. Da musst du mehr als dir nur im Mund zuhalten. Ich weiß gerade nicht, wie lange die Aufnahme von davor ging. Das ist ein bisschen blöd. Das lag schon wieder. Was ist denn los? Ich verstehe das nicht. Als ich das Spiel angefangen habe, war alles super. Und jetzt? Was habe ich ihn umgestellt? Ich habe gar nichts umgestellt. Das verstehe ich nicht so ganz. Was muss ich damit machen? Verschieben? Oder zerstören? Also, die Legs gehen ja gar nicht. Ach so, ein Fahrstuhl ist das. Okay, jetzt ist zumindest gespeichert worden. Okay, ich warte einfach. Boah. Habe ich mich gerade erschrocken? Okay. Schnell hinten rein. Nimm es. Nimm doch. Nimm doch den Scheiß. Scheiß Kamera. So. Danke. Okay. Okay. Du gegen mich. Au. Double. Passt das? Ne, da unten steht auch einer. Rennen. Aha. Von hier aus treffe ich den doch gar nicht. Richtig in Zeitlupe. Ey, die Legs gehen gar nicht. Was ist los? Ich verstehe nicht, warum das Spiel auf einmal so laggt. Das ist echt krass. Die haben sogar ein Schwein erschossen. Ich meine, zwei Bogenschützen bin ich losgeworden. So, es waren doch nur zwei, oder wie? Da liegt ein Helm, da liegt ein Toter von denen. Ich meine, ich schaue mir die Umgebung und so weiter gerne alles an, aber wenn es laggt, ich weiß ja nicht. Das erschwert mich nur das Spielen und das ist nicht so schön. Eigentlich ist mein PC ganz gut, aber das ist eigentlich das erste Mal, dass ich Probleme habe mit meinem PC. Oh, eine Vorschlagkamera. Triple H da. Nein, 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 nein. Ganz im Ernst, ich werde jetzt einen Schnitt machen und werde vor allem schauen, wie ich das hinbekomme, dass es nicht mehr lag, weil das sehr abartig ist. Was ist denn los? Naja, das war Rise, Son of Rome. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Viert euch!